na gut los geht's hier mit einer der nächsten mission und die kennen wir schon ich will vorher schauen machen wir einfach machen wir drauf los wir wissen ganz genau um was es geht ich hab doch eh alle ok ok so wir werden uns mal das leben wollen bevor wir dort hingehen so 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 ok 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 siehst aus als würdest du schon auf die knie gehen noch so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? 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 Okay, schön. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Ich habe tausende Karagor überlebt. Der letzte Angriff war nicht schlimmer. Ach guhle, ach guhle ist leicht. Oh das haben wir schonmal gemacht oder? Haben wir das schonmal probiert? Bis dann rein, ciao.